Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Wer gedacht hat, es sei vorbei, der lag falsch, denn... Es gibt noch einen kleinen Bonus. Es gibt noch einen kleinen Bonus. Das Spezial, die 400 Tage, ich hab's... mir geholt. Ich hatte's eigentlich schon von Anfang an, als wir das Let's Play angefangen haben. Ich hab noch nie reingeguckt. Ähm, ich hab keine Ahnung, worum es dabei geht. Ein DLC. Ähm, schauen wir einfach mal nach. Äh, war jetzt ein Speziales. Je nachdem, wie lange es dauern wird, werde ich dann die Episoden schneiden. Es werden vielleicht sogar ein paar Episoden etwas länger sein. Also, einfach mal reinschauen, ne? Beginnen wir einfach mal. Jetzt, äh, hat es wieder Probleme mit dem Laden. Dann lädt's ordentlich. Vielleicht hat's dann nochmal Probleme. Und lädt dann ordentlich weiter. Siehst du? Passt. Gut. Dieses Spielreel passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. Die Handlung riecht sich nach deiner Spielweise. Telltale Games präsentiert. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. Geht's pitstop. Eat. Thanks for stopping. Diesel, regular. Ähm, müssen wir... Oh, nein. The walking dead. 400 days. Hm. Geht's up now. Next rest stopped 45 miles. Hm. Missing? Huh. Ähm. Okay. Wir haben... Vince. Wyatt. Sheel. Sheel? Oh, Shell. Ja, Shell. Ja, Shell. Shell. Russell. Und Bonnie. Okay, also wir haben fünf Leute. Ich würde sagen, dann machen wir, ähm, ich würde schon fast sagen, pro Person ein Video, oder? Die könnten eventuell etwas länger werden. Wir fangen dann einfach mal an mit... Wen würde ich denn am... Wer ist mir denn jetzt schon am unsympathischsten? Wyatt. Keine Ahnung. Nix gegen Leute, die Wyatt heißen, oder so aussehen, aber... oder Fotoscheu sind. Vielleicht ist die Kombination und alles... Ich weiß es nicht. Gott. Egal. Wow. Wyatt. Tag 41. God, this is so fuck. Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us and... Shit! Dude, how did they catch up to us? Wow Wow Hey Hey wow Ja ja, ich schau jetzt Hey Eddie Jesus Oh Oh Holy shit man, did you get them? Are they back there? Wyatt Dude, are they there or not? Come on I don't see anything Are you sure? Those guys wouldn't just give up I don't see anything Genau Eddie, komm mal klar Alter, was haben die gemacht? Feel that look on me man I'm not being an asshole I'm being smart No lights no You know, they can't see us Christ I can taste blood in my mouth I can't see a damn thing out here I guess that makes sense Yeah, it makes sense, Wyatt God, I can't believe we're in this shit Don't barf just yet, okay? Please, this road is really straight We'll be fine At least slow down What? Fuck no Did you see that one guys eyes man? He's fucking gorked I don't want that guy in my life, Wyatt What if there's something in the road? Doesn't matter, we gotta get the fuck away from those guys They are a grade fucking mental Let there be light, huh? Dude, shut up Haha See, it's fine Road straight is my dick Think we're in the clear? Don't talk about your dick Oh Why not? Alright, let's Tom Cruise out of here Ah, please never say something again Why is it that you never had a girlfriend again? Oh, right God, there was more than one reason See if there's still any sticky in the glove box Oh They have something with junkies to do A little Mary Jane Sticky Icky What I do see is that ammo that you lost last week Oh my God, really? But is there any weed? You know one time I was going out with this girl, right? Abigail You remember her? She told me that when she was five, I think Her dad took her to the circus side trip They walked around for a while Saw the chick with two heads Saw a dude with lobster hands Some kind of monkey human with a dick for Man, just shut up I hate you Shit Woah Woah Fuck Holy shit dude Holy shit Did you get a look? I think that was a guy Hey, Wyatt Come on man, say something What should I say? I don't know what to do I don't know what to do I don't know what to do I don't know It's too fast man Man, don't say that You have to know Dude, you have to Dude, why Let's see if there's anything around the car You know anything that'll like tell us one way or the other That way we can just book But I'm not leaving if we hit a human being man I'm just not Fuck 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 Man, don't roll it down broken I can't see through the cracks Look, it's fine, see? Dude, what's that on the broken side mirror? Yeah, that's right It's part of a shirt, I think Yeah, but plenty of dead guys have shirts on Keep looking Okay The blood on the windshield is fresh Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark Yeah Damn Damn Is that the mirror from the car? Can't tell from here Man, I'm really not seeing anything So, what have we here? Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, I don't know Look, Wyatt It was a guy Are you sure? Yes How sure? Pretty fucking sure Don't fuck with Tiny Carlos, sure Jesus So what do we do? What do we do? What do we do? We go out there We go out there and what? We go out there and what? Find the guy and help him Who the hell are you tonight? If It's a guy It's a guy I saw him Ja, wieso fragst du dann? Come on, man Was hab ich für'n Shirt an? We check it out We get moving Chris Rabbit and the Handjobs Both of us? Both of us? I mean, I don't know Me? I hit the fucking guy One of us should stay here though In case Okay Hmm Okay Well Shit Okay Here, we'll rock, paper, scissors for it Yeah, okay Fine Okay, cool Good This is good We need to hurry up Jetzt verrate ich meine rock, paper, scissors, tricks Dude Two seconds It's over Er ist Er will unbedingt Er will unbedingt gewinnen Also Stein Go Shit Alright Okay Weil der, der gewinnen will Der so sehr will Was? Was? Ah Ah Jetzt hab ich mich ja Fuck Ja Ich merke's Dann würde ich jetzt sagen, allein wenn du das gesagt hast One Two Three Go Oh Fuck Damn man Kill those scissors Son of a bitch Ich hätte zweimal Stein machen müssen Fuck Fuck Leute machen Schere, wenn sie um ihn gewinnen wollen Leute machen Papier, wenn sie zurückhalten sind Und Stein Ja, Stein wird eigentlich so selten genommen Ah, toll, ein Schuh, den muss ich mir jetzt nicht ansehen Kaputter Spiegel Fuck, fuck Halt die Fresse Ein, ein Rucksack Oh fuck Halt die Fresse Halt die Fresse Halt die Fresse Fahne Die Fresse Halt die Fresse Wie Anf topics Halt die Fresse Halt die Fresse Halt die Fresse Das war es am Ende des Tages. Man, ich wünsche mir, dass ich jetzt hoch bin. Herr, du musst mir antworten, Mann. Wenn du ein Mann, dann möchte ich dich nicht schießen. Du bist okay? Ah, Herr? Könnt ihr mich hören? Oh! Dieser Mann ist ein Kopp! Kopp! Bitte, sei okay! Oh, fuck! Jesus! Das ist schlecht! Oh, fuck! Okay? Oh, shit, 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 shit! Was? Was geht hier ab? Fuck it! Alright! Let's get your ass to the car! Was? Okay. Ich sehe nichts. Ich höre nur was. Okay. Alles cool. Ganz ruhig. Okay. Los! Ja, weiter! Oh, fuck! Okay, nochmal. Ich muss das irgendwie... Ich drücke viel zu schnell nach oben. Dann muss ich nochmal gucken. Okay, und jetzt... Nach oben! Brav! Komm! Oh, fuck! Da links ist einer! Alter, wenn du jetzt nicht mal die Klappe hältst! Okay. Shit, 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 shit. Oh, fuck! Oh, kann schräg vorher liegen lassen. Okay. Komm schon! Und los! Boah, wie weit waren wir denn vom Auto entfernt? Alter! Alter! Nein! Nein, Eddie, Eddie, Eddie! Nein! Nein! Komm schon, Mann! Wir hatten gerade angefangen! Oh, fuck! Willst du verarschen? Das ist doch echt... Okay, anscheinend sind die Episoden dann etwas kürzer.